und herzlich willkommen zurück zu creative ja folge 35 legen wir mal los und sind fleißig dabei unsere lava runter zu kühlen sehr schön genau wir müssen dennoch löchern damit werde ich mal durchfallen klappe zu okay dann machen wir jetzt einmal ich glaube es fliegt die hat die kerze weg wir machen erst mal um das loch weg um das loch zu meister bei der weh machen wir jetzt mal hier eine fackel hin das sieht mir hier ein bisschen zu dungeon master freundlich aus machen wir einfach mal da so hin dankeschön oh hier ist aber auch schon dunkel ja ist natürlich jetzt hier mit den fehlenden lava kann auch schon ganz schön schnell dunkel werden aber wir haben immer noch kein monster wie begegnender weise kennengelernt und jetzt da was ich bin gerade sogar schon auch fast dafür das licht weiter durchzulassen dann aber und nämlich gleich ein bisschen mehr natürliches licht ja machen wir so ja das hat gerade weh so fackeln weg ja fackeln weg wo heißt das laut gut dann machen wir mal da ein bisschen ja ich würde ich würde genau ich würde ich würde du du Oh dankeschön so von der umkommend licht durch hinten ist aber ein bisschen dunkel war nicht direkt bei dem eisenart wie viel eisen wir hier noch haben also selbst wenn es mit der kohle quatsch mit dem mese nicht ganz so gut läuft mit dem eisen läuft zumindest schon mal gut oh 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 hier unten packe ich auch noch eine kerze hin das sieht ganz schön dunkel aus achso da ist bloß das ding da sollte nichts spawnen eigentlich hakt ihr auch einen schlag so da unten lassen wir mal gehen wir dann von der andere seite hier ran äh kommen wir gar nicht genau hier war das dann machen wir hier auch mal kurz wasser hin jetzt ist er quasi genau da wo wir vorhin da runter kam 2 her 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 so ein bisschen nicht da ein bisschen nicht da braucht keiner licht da unten das ist auch alles dunkel sein sehr gut ok aber die lager schon unter kontrolle und dann gucken war weil es hier immer noch gemüse gibt versuchte erst gar nicht mein glück sondern ich gucke mal hier wie es hier weiter geht hier geht es weiter ja das war schon fast klar wir haben leider keine andere möglichkeit wir müssen das jetzt hier wohl oder übel auf die harte tour machen weil die spezielle schon fast tot ist ich glaube die macht nicht mehr lange ja das war klar eine haben wir noch danach müssen wir mal ein bisschen eisen einschmelzen tue ich am besten gleich mal parallel während ihr das wasser schön vor sich hin wässert so ein ofen haben wir einen ofen dabei ja klar ich gehe natürlich für den ersten fackeln verloren eisen macht was ok ich habe jetzt mal das wasser hier wieder ein das vertreibt mir die ganze die ganzen fackeln und das ist auch reingelaufen dann ist natürlich meine fackeln auch weg oder hatte ich war hatte ich überhaupt ja doch muss endlich ich will es doch auch nicht sieht halt genug aus easy läuft wobei da hinten hier ist ganz schön dunkel dann setze ich mal hier eine fackel hin was ist hier unten da unten muss der glückende fackel sein doch hatte ich doch eine hingepackt auch schon geil ist schon nicht schlecht erst mal jetzt ein bisschen eisen mitnehmen aber das wüsste ich war das ganze eisen hier raus erstens und zweitens haben wir noch schon eisen rum und hier war ja weitere werkzeuge zu bauen da ja unsere bronze werkzeuge langsam aber sich an den geist aufgeben also eisen ist hier mittlerweile echt schön heftig freut mich für mich niemals nach unten baggern vor allem wenn wir sowieso schon so nahe von am lavasee die irgendwie so sind dann kannst du sehr schnell ungewollt weitergehen so das haben wir oder war hinten noch mal ganz schön viel eisen gehen wir da auch mal hin oder sogar ein bisschen gold erster goldfund oh mein gott wir haben noch nie gold abgebaut also wir brauchen wirklich gold für irgendwer doch für die protektor ne protektor haben wir mit eisen gemacht geht hier runter zu lava ne da war lava aber dieses mittlerweile erstarrt richtig ja scheinste okoto ja nein ich habe auch geschunkelt noch mal ein bisschen fackel oha ja da geht's gut runter und hier kommen wir nicht mehr hoch das heißt ich nehme dich mal kurz weg kommen wir hier wieder raus easy ok hier muss irgendwas davon sein egal ich höre keinen kann da ruhig bleiben so jetzt haben wir hier erstmal schön eisen so 49 das heißt wir kriegen mindestens drei mal 13 raus dann packen wir auch mal drei eisen rein äh drei kohle rein und packen mal hier das wasser hin können wir nämlich jetzt hier schon weiter abbauen und wo two hebt und wo wo Okay, hier habe ich sogar ein bisschen Atem und Luft. Ich glaube, wie sieht man, hier kommt noch was. Oh, baggern wird es mal hier ordentlich durch die gesamte, ja, durch das gesamte Lava durch. Vor allem der Vorteil ist, dabei kriegen wir auch gleich mal schön viel dicker Pumster. Hier Obsidia, haben wir sogar schon ein bisschen was, so 16 Stück können wir uns bald mal hier so eine tolle Hölle bauen, wenn es das hier geben würde, gibt es aber nicht. So, dann gehen wir erstmal wieder hoch, gucken wir, ob unser Eisen schon fertig ist, weil die andere Rohstoffe gehen uns gerade ein bisschen aus. Das heißt, wir werden jetzt erstmal wieder ein bisschen, hä, danke, ein bisschen Eisen begnügen dürfen. Ist an sich aber kein Problem. Okay, da haben wir immerhin ein bisschen was. So. Auf geht's. Ich weiß halt nur nicht, wie tief das Lava jetzt hier ist, wie lange wird es gebrauchen werden. Aha, hier ist schon wieder Boden. Das heißt, das mit dem Lava ist dann jetzt quasi schon vorbei. Sehr schön. Ich dachte schon, ach ne, da geht das schon mal noch weiter. Ich dachte schon, ich fühle mich jetzt hier in der Never Ending Story. Die Frage ist, kommen wir das günstig runter? Na ja, geht so. Ich muss mal wieder Luft auf tanken hier. Hey, hey, hey. Okay, da steht das Wasser auch wieder aufzuhören. Ja. Ok-dok-dok-dok, Lava ist zu Ende! Sehr schön. dann gehen wir mal wieder hoch nehmen mal die wasser das wasser mit und dann würde ich mal sagen können wir weiter mit den leitern bauen die leitern müssten dann hier so das war jetzt nicht so gut so du musst weg du musst weg das erste problem dass ich da gar nicht dran gedacht habe wie ich die dicke muss da machen ist ja egal auf jeden fall erst mal dich hier hin das hat ein bisschen gezwickt danke dafür so sehr schön und der wunderschönen abgang eigentlich andere frau mit dem weg jetzt hier gar nicht mehr wollen kommen wir hier in unseren aufgang das heißt dass ich kann glaube ich glaube dazu gemauert werden da brauche ich mir gar keinen kopf drum machen so easy dann wäre das auch geschichte so dankeschön und dann gehen wir jetzt mal weiter runter aber voll gucken wir noch wegen leiter einfach danke 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 bitte schön ach komm ja komm alles sollte genug sein alles sollte genug sein Ah, genau, die Form und dann können wir dich einfach nach da. Was mache ich hier gerade? Du bleibst da, aber du gehst nach da und du gehst nach da. Perfekt, alles. So, das passt ja nicht mehr. Dann lassen wir sich einfach erstmal so da, für Exo oder ähnliches. Haben wir jetzt ein paar Stöcke Holz. Sehr gut. Ich bin gerade echt ein bisschen überfragt. Warum kann bisher noch kein einziges Tier? Ich habe die Spawnrate so artig weit hochgestellt. Wir hätten eigentlich schon den längsten Tier sehen müssen. Ich habe bisher zwar nur auf dem Vanillazimmer getestet und da kommen Tiere. Aber eben, auf dem Zimmer habe ich ja genau gleiche Einstellungen. Das heißt eigentlich, es sollten die über Tiere sein. Also eher als in der Höhle, als in der Höhle, als in der Höhle, als in der Monster. Oder ist unsere Höhle doch so hell, dass hier echt gar kein Viech kommt. Das wäre schon fast ein bisschen langweilig. Oh, guckt euch dieses Eisen an. Ja, übrigens noch rumkramen ist normalerweise auch eine dumme Idee. Jetzt, das Beispiel hier, wenn wir da nicht jetzt aber gewesen wären, wäre sie runtergeflossen und ich hätte alt ausgesehen. Deswegen sollte man eigentlich auch sowas eher tunlich unterlassen. Aber gut. Ach, schlägt mich doch. Haben wir jetzt trotzdem mal so gemacht. Zur Not wären wir halt gestorben. Ist ja auch nicht so schlimm. Ach, so viel Eisen. Oh, da geht es aber runter. Ähm, gut. Bevor ich mich kaputt mache. Äh, ich wollte zu leiter. Danke. So. Die Schnur kommt nach... So, da kommt die Schnur an. Und dann gucken wir mal, wie es hier unten aussieht. Jetzt würde ich es aber wissen. Ich meine, das gibt es doch gar nicht. Das ist ja hier, äh, Ding der Unmöglichkeit. Äh, das wäre der Dreier. Gucken wir mal kurz. Mob Spawn Chance 10. Äh, Entfernen wir auch nicht. Habe ich das Spawn als solches deaktiviert? Static Spawn Point. Nein, ich wollte weiter suchen. Du. Nee. Spawn ist auch nicht deaktiviert. Aber wieso kommen denn absolut keine Monster? Keine Tiere? Weil an der Oberfläche habe ich auch keine Tiere bisher gesehen. Ja gut, guck mal in der nächsten Folge. Ach nee, halt, wie lange läuft die Aufnahme schon. Ist doch garantiert viel zu kurz. Ich habe doch Viertel angefangen. Nicht halb, nicht um. Ja. Läuft auch noch ein bisschen. Dann gehen wir noch mal kurz an die Oberfläche. Ich muss mal gucken, ob wir von irgendwelche Tiere treffen, das ist. Ich meine, klar, wie gesagt, es soll nicht viel... Falk, kommt der Falsches passiert. Es sollen nicht viele kommen. Aber wir sind so ein paar Tiere, beziehungsweise in der Höhle halt Monster, sollten halt doch schon irgendwie kommen. Das ist gerade ein bisschen seltsam. Doch sehr. Da gehst du. Das geht doch. So. Gehen wir mal nochmal hoch hier. Beziehungsweise einfach mal direkt rum. Dann gucken wir mal, ob wir hier auf irgendwelche Tiere antreffen. Eigentlich müsste es von Tieren nur so wimmeln. Also, wie gesagt, ich habe auf ein Zehntel runtergestellt. Das heißt, es kommt definitiv nicht viele. Aber hier ist ja kein einziges bisher. Jetzt weiß ich auch nicht, ob die Mod mit der... mit Plant Life klarkommt. Weil ich weiß zum Beispiel, dass die Mod Tiere nur auf Gras spawnen lässt. Heißt also, auf solchen Blöcken hier. Das heißt, mit solchen Blöcken zum Beispiel hat die Mod ihre Probleme, da spawnen nichts drauf. Aber wie gesagt, hier ist doch mal sich Gras. Also eigentlich sollte das an sich kein Problem sein. Genug Fläschers und Spawn haben die Tiere. Ja, Sackerlick. Hm. Schauen, drauf ist sie auf jeden Fall. Auch. Muss ich mal kurz überlegen. Ach so, ja klar. Ne, okay. Wollen wir gerade gucken, wie die Tiere an. Aber eben Tiere sind dann im Inventar, wenn sie die Kühle Atev haben. Was wir nicht haben. Also ist das, was wir im Inventar haben, vollkommen ausreichend. Das heißt, die Tiermod an sich ist auf jeden Fall aktiv. Einstellungen sind auch alle richtig. Aber warum zum Teufel... Finde ich kein einziges. Mal gucken am Spawn. Da waren ja schon ein paar mehr Leute. Vielleicht... Wir krabbeln hier vielleicht bereits ein paar rum. Aber das kannst du echt vergessen. Auch hier ist kein einziges Tier. Tja, dann muss ich mal nochmal gucken. Irgendwie im Forum denn, ob die Tiere bei der Plantlife-Mod warum auch immer nicht spawnen. Und ob es da eine Abhilfe gibt. Weil auf dem Vanilla-Server das Spawn-Tiere. Heißt also, an sich funktioniert es auf jeden Fall. Und auf meinem Westbaby-Pie-Server. Ich habe nämlich jetzt einen Server 404-Player. Habe ich ja schon erzählt gehabt. Da spawnen die Tiere auch. Aber ich habe halt hier auf dem Server noch nie darauf geachtet, ob wir auch Tiere spawnen oder nicht. Aber wie man sieht, spawnen die keine Tiere. Ja gut, da muss ich nochmal nachschauen. Verrückt. Echt verrückt. Ah gut, was soll's. Ja, ich habe gerade mein Gesicht aufgeschlagen an der Leiter. Das ist natürlich ein Träumchen. Warum wachen wir dich nicht hier auf? Normalerweise, wenn wir stellen, müssen wir noch hier aufwachen. Sie können noch nicht laufen. Habe ich das noch gar nicht probiert? Oder ist das nur bei meinen Tests? Äh, bei, 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 bei meinen Tonen so. Die Frage ist jetzt, sind unsere Sachen noch da? Ja, der hat da gespawnt. Das war ja gerade schon wieder hier, ne? Ab und zu. Interessant. Tja, auf jeden Fall, wie man sieht, keine Monster. Das heißt, wir können sich ja mal doch ein bisschen mehr austoben. Das nimmt ihm ganz zwei jetzt so ein bisschen so, ähm, die Spannung. Ähm, aber gut, ist vielleicht auch, äh, in Betracht des, dass wir eh keine Miete finden, vielleicht ein bisschen fair, so nach dem Motto, ne, wenn schon Aua. Na, wenn schon keine Monster, äh, wenn schon kein Miete, dann bitte auch keine Monster. Keine Ahnung. Ähm. So, das Eisen nehmen wir mal mit. Einfaches, weil wir das Eisen auf viel, viel, vielseitige Art und Weise einsetzen können. Ach, komm, hier. Habe ich es gleich mal raus aus dem Inventar? Spart ein bisschen Platz. So. Ja, wie gesagt, dann muss ich noch mal gucken, was da abgeht. Warum da, äh, das nicht so ist, wie es soll. So, hier müssen wir runter. So, dann gehen wir mal da, also, gehen wir mal hier hoch. Setzen hier noch ein paar Steinchen. Und dann ein paar Leitern. Oh, jetzt hier runter gehen, wäre natürlich eine eher dumme Idee. Machen wir mal so. Perfekt. So. Äh. Bist du denn? Okay. Mops funktionieren. Das fackert eine Spinne. Hä? Gut. Damit hätte ich die Sache dann erledigt. Das heißt, es gibt doch Monster, die spawnen halt nur verdammt selten. Okay. Dann sollte ich dich vielleicht doch ein bisschen mehr ausleuchten. Ach was. Risiko, Baby. Das ist Risiko. Ich hoffe nur nicht, dass wir hier vor lauter Risiko sterben. Vor allem hoffe ich, dass wir endlich mal ein bisschen Möde finden. Das geht ja hier. Ist ja hier. Träumchen. Vor allem eben, das weiß ich gar nicht, ob der Gang hier, weil es ist ja ein 2x2-Gang, ob der damit groß genug ist, dass auch hier im Gang Monster spawnen oder reinfallen können. Weil eben, die Spinne, die hat gerade reingepasst, so wie es aussah. Das heißt, das mit dem 2x2 ist vielleicht doch gar keine so schlaue Idee gewesen. Also, da muss der Stein rauben. Ich will doch nur nicht mal Möde finden. Ach, ich bin ein Nähchen. Alles, was mein Herz verlangt, ist Möde. So, 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 so. Ich weiß, mittlerweile absolut, wir müssen mittlerweile eigentlich schon ultratief sein. Aber, scheinbar noch nicht tief genug. Jetzt kommt's, wir finden, äh, oh, lange Leiter, ja, 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 das ist auf jeden Fall, also, ähm, das ist auf jeden Fall. Äh, wir finden garantiert Rainbow Ohr, noch bevor wir Möde finden. Das ist besser. Das wäre so dann richtig, dann, kluck mal, ne? Dann würde ich hier aber ausflippen. Das Problem ist halt, ich hab jetzt in letzter Zeit, äh, hauptsächlich auf dem, äh, auf 0-4er, also auf meinen 0-4er-Servern gespielt, also mit dem German Westway-Pie-Server zum Beispiel. Ähm, und da ist halt, ist halt, wie gesagt, noch 0-4er. Und da wirst du halt mit Mese direkt überschüttet, aber eben, das ist halt, bei 0-5er, äh, bei der 5-0er, da wurde das ja damals extrem wickrationalisiert, was so die Ergiebigkeit von Bonschätzen angeht. Deswegen, wie gesagt, hab ich jetzt absolut keine Ahnung, ob wo eigentlich Mese überhaupt kommt. Das war halt auch nicht die Häufigkeit. Wie sieht es eigentlich aus mit Holz? Doch, Holz hab ich mehr als genug, das heißt, die Leiter dürfte uns noch nicht ausgehen. Bevor ich hier alles wegbagger, und dann, ähm, ne? Blüht. Eieiei, oh Gott, da kommt schon wieder Lava. Hä? So, haben wir so eine Schippe noch dabei? Ja, haben wir dabei. Äh, Pflastersteigen könnten wir langsam mal ein bisschen entfernen. Äh, paar Gurken könnten wir auch wegschnecken. Na, passt perfekt, 99 haben wir noch übrig. Ein Stack. Wenn das mal nicht Idealus ist. Okay. Lalalalalalalalalalala ach ja wie es ein bisschen gutes als das gravel weg revel hat schon was weiter gold haben wir es mittlerweile auch eine menge ob wir so viel jemals brauchen werden ich habe offen gesagt keine ahnung wir können mal gucken was man mit gold das machen kann gold damit können wir machen ach ja siehst du gold staub durch die technik mod haben wir natürlich auch eine ganze menge was das denn simple energy oh gott oh ja diese ganzen technik sachen ah ok diese schutz blöcke werden nämlich doch genau mit mit gold gemacht die haben wir noch gar nicht verwendet weil wir ja damals unser bereich oben haben wir mit der richtigen area gesichert und nicht mit dem protektor ist aber eben dafür brauchen wir zum beispiel gold und was sind denn das für dinge goldruhe silvertruhe was machen die haben die besondere fähigkeit oder also irgendwas besonderes dass die als ich besonders viel lagern können oder die gelein wenn wir wahrscheinlich nicht brauchen aber gut zu wissen dass man dafür auch gold braucht warum das ach so na gut okay wahrscheinlich für ihr im echten diese vergoldeten kontakte dafür wahrscheinlich genau hier ein bisschen gold kabel gold faden gold was auch immer was okay brauchen wir auch nicht ja auch nicht aber dafür könnte was wirklich verwenden wenn wir wenn wir ganz viel gold über haben können was vielleicht für deutsche abwärts verwenden das stimmt tatsächlich rüstung und ein pokal ja klar meine pokale die ich bin mir zum beispiel aber habe ich auch alle selbst gemacht aus papier sie stimmt man kann daraus golden zu machen was das hier ist bin ich ja mal die trüge truhe die gar nicht immer besser was ist das verschlossene trittruhe was bringen die haben die spezielle fähigkeit man muss ja so viele verschiedene so viele verschiedene wie es gibt es müssen ja nicht spezielle fähigkeit haben selbstversorger injektor folgt ihr mich eigentlich verarschen aber kurz verwenden kommen die dinge eigentlich darauf wo war das jetzt da die kommen von der technik aber was was für einen zweck haben die aber einfach feierabend und dann nächste truhe nächste folge können wir dann mal wissen im internet recherchieren dazu mal was finden dem sinne schau mit v